Herzlich willkommen zu einer kleinen... Wie willst du zählen? Wir müssen auch mitbekommen, du musst ja einzählen. Ach, ah, okay. Das hast du nicht mitbekommen, dass wir eine eigene Zähne haben. Ja doch, ja doch, doch, doch. Hier, kann ich dich rausholen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde TTT mit dem GSL LP Netzwerk. Wir haben dabei den Mr. Wanwa. Hallöchen. Die Navoka. Hallo. Den Reaper. Juhu. Den Cyber. Hallöchen. Den Johnny, äh, Johanny. Ja, guten Tag. Den Robin. Hallo. Den Simon. Du. Den Snail. Oh, da ging's anders. Den Echse. Hallo. Und natürlich mich, den Nana. Den Nana, Banana. Ich hab mich so ein bisschen gefragt, geht diese Begrüßung noch zu Ende? Wie viele Leute haben wir denn, der nette Schöne ist? Ich hab jetzt gerade unten links nicht geguckt. Hast du dieses, diesen Traitor-Counter? Ja. Was stand da? Vier, vier Traitor haben wir, der nette Runde auch. Oh, Alter. Vier Stück? Ja, es sind halt viele Leute, ne? Ja, wir haben nicht nur dem Vorschlag, wir haben etwas zu viele, glaub ich. Ja, ich glaub drei Traitor ist besser und dann zwei Ds. Alter. Ja, wie kann ich denn die Prozente, die musst du mir dann geben? Äh, wieso nicht? Lol. Jemand hat sich schon mal gejallert. Hast du mal gestorben? Ja, das war aber ne komische Ljalla. Huch. Du hast ne John-Zi-Lala. Ne John-Lala war es gleich. Ne, das war ne Halleluja. Ja, die, von der hab ich auch schon da vor. Oh, hier brennt einer. Hier brennt einer. Hier brennt einer. Wartelt, da ist, das war vermutlich die Halli. What the fuck? Susi. Okay, wie ist Panda jetzt gestorben? Ist er durch die Halli gestorben oder durch? Ey, Wann-Wann, kannst du dich nicht heilen? Nee, bitte? Da steht Explosion. Kannst du dich nicht heilen? Ich kann nicht, nicht heilen. Sträuch stand daneben, hier Wann-Wann-Wann. Was ist hier? Johnnies, Johnnies, Johnnies. Verlüge. Hä? Panda ist es, Panda. Boah, die Verping. Panda, Panda! Hä? Idiot. Was ist denn hier los? Wie komm ich wieder? Warte mal. Ja, ich hab gerade noch besucht. Vielleicht. Das kann doch nicht euer Ernst nehmen. Ich hab mir Mühe gegeben. Tut's mir leid. Oh, es sind die Krümel hier an den Labern. Stirb doch endlich mal. Oh, klick, klick. Das ist mir nicht. Nein! Ja! Sorry, Reefa, es ist einfach 50 Minuten gewesen, wo ich überhaupt keinen Übersicht hatte, was genau abgeht. Ich hatte weder Panda-Gelobisier noch sonst irgendwen. Du hast mich gerade eins kalt abgeknallt, obwohl ich dir geholfen habe, Panda zu killen. Ja, das Problem ist, meine Maus-Empfindigkeit ist relativ hoch, das heißt, es ist vernünftiger Einstellungen gewesen. What the fuck? Der war ein bisschen runtergottet. Das war irgendwie voll die Hardcore-Escola. Ich hatte überhaupt keine Übersicht, dass das abgeht. Also, ich hab halt auf Panda geschossen, aber im Endeffekt. So, ich glaube, mit dem, wann war ich schickst, denn gerade mit dem kannst du Dings einstellen. Und bei Detective weiß ich gerade nicht den Befehl. Ey, what the fuck? Haben wir kein OLX-Menü? TTT beträgt der PCT-0 dran. Ja, ich muss hier noch ein bisschen höher wieder. Das heißt bestimmt DTT Detective PCT, ja, sag mir doch mal eine Prozentzahl. Äh, Nabo, wie kannst du laufen? 2-3. Wenn du alt gedrückt hältst. Okay, gut. Müssten wir in der nächsten Runde 2 haben. Immer schön alt gedrückt halten. Warte mal, ich stell die kurz nochmal ein bisschen runter wieder. Kein Kölsch. War der nicht gut? Dafür gibt's ein A plus plus. Was? C plus plus? Nein, A plus plus. Das ist doch ne Energieklasse. Was ist denn? What the fuck? Jetzt geht's um Energieklasse. Was haben wir für die Wofür vollen? Ja, volles gute Thema. Ja, welcher, was für ne Energieklasse hat? Oh ja, Kölscherik, denn. Schreib's doch mal in die Kommentare. So sieht das aus. Wir debattieren dann nächste Woche darüber, wer das bleibt. Das guckst du dir auch auf keinen Schwein mehr an. Da müssen wir uns keine Sorgen, wir zuschauen. Wir machen. Hä? 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 Wer schießt Reaper? Wer schießt Reaper? Wer schießt Reaper? Wer schießt Reaper? Reaper ist weg. Ja, wer hat ihn aber erschossen? Ich war's nicht. Nana, warst du da? Nein! Nein! War ich nicht. Nimm DNA einfach. Äh, lass den Dänem mal DNA nehmen. Ja, der ist direkt daneben, also. Er hat's auch gesehen, dass er es nicht war. So, und wer ist? Ja, look, Minecraft! Klipp! Wow! Oh, was? Panda, hast du das aktiviert? Was? Nein! Entweder du hast es aktiviert, oder jemand da unten hat es aktiviert. Also die Hand ist irgendwo hier hinten, glaub ich, ne? Ja, ich geb dir recht, ich hätte es aktivieren können, aber ich hab's nicht aktiviert. Also, falls ich... Nee, ich hab auch nicht gesagt, dass du es nicht aktiviert hast, aber ich hab's nicht aktiviert. Dein Kopf ist näher Totenkopf. Was war das? Was war das? Johnny, du bewegst dich gar zu ganz... Wo? Johnny, du hast es genau gesehen. Erst schockt dann, dann pack deine Jaller aus. Auch gut. Call Detail, gut. Alter, what the fuck? Nicht Jallern, während ich's angucke am besten. Nee, die Dete, äh, die Dete, äh, nee. Hey, was schlägst du den Dete, Nana? Einfach so, weil ich lange Weile hatte. Boah, hier, da steht der Weg hier, das war nicht cool. Ja, ne, das ist voll schlimm hier. Richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm. Wow, wow. Wow. Beschleunigung. Was soll ich denn? Irgendwer leckt's grad vor mir hin. Ach, das ist Exel. Oh ja, das ist übel. Ja, das ist wie so eine Sinusfunktion. Immer hochpingen, niedrigpingen, hochpingen, niedrigpingen. Ey, ich geb gleich mal hochping, ey. Also wenn wir laufen, alle flüssig. Gleich hochping? So. Hat denn Jingen jemand nen Überblick über die Situation gerade? Nein. Nein, nicht wirklich. Schöße. Ich glaub, es leben nur noch vier Menschen, aber ich kann's nicht beweisen. Ich glaub, es leben mehr als vier Menschen. Ich glaub, es leben mehr als vier Menschen. Okay, fünf. Das ist, äh... Ich seh allein schon... Und, äh, wann war? Dann dahin ist noch Panda, dann lebt der Date noch. Ich war ja grad im Nether rum. Und Cyber lebt auch noch. Okay, dann sind wir sechs. Oder sieben sogar? Ah, das können doch mal alle reden. Ich glaub, Nana lebt bestimmt auch noch. Ach, ne, da ist noch einer. Ach, ne, da ist noch einer. Ach, dann sind wir ja ehrlich. Alle, die confirmed sind, sind halt tot. Was? Ja. Oh, nee, jetzt rein. Okay, jetzt rein. Es ist Panda, es ist... Okay. Ja. Ähm. Ähm. Warum musstest du mich dabei finden? Oh, Cyber! Dich hab ich auch schon Ewigkeiten nicht gesehen. Äh, ich glaub, du bringst mich gleich home irgendwie. Ja. Yo, also... Aber da du keines... Ich dachte, du hattest ne Sniper in der Hand, oder? Cyber, was machst du da? Na? Okay. Ja, meil ich ja wohl. Aber da ist... Bist du ein... Hmmm... Das ist ne Frage. Na, da war's auch. Und jetzt ist noch von da. Oh, und jetzt ist noch von da. Warum, du hast es doch gesehen. Ist die Wahrscheinlichkeit schon umgestellt? Ja, aber die kommt halt erst nächste Runde, ne? Ach so, das heißt... Ich wurde geschossen. Warte mal erleben. Okay. Dann bist du... Ey. Alle Traders laufen in meine Falle. Alter. Scheiße. Was? Was? Nice. Nice. Das sah gerade komisch aus. Hm. Das war vielleicht... Interessant. Und mir fällt gerade ein, wir sind gleich noch eine Person mehr. Ach, meine Güte. Flori. Flori. Ach ja, Flori. Oh, elf Leute. Die Freude, die ich glaub, wir sollten wirklich den Show wechseln. Ja, okay, Bus. Ja, wir nehmen aber jetzt die Folge, machen wir jetzt nur so. Auch wenn es leckt. Nehmen wir aber Entschuldigung an unsere Zuschauer. Es ruckelt gerade ein wenig, aber ja, die nächste Folge wird es immer besser. Es ist ja zum Glück nur immer ein bisschen. Nicht die ganze Zeit. Ja, bei mir leider permanent. Ja, aber beide meine zwierte Kollegen sind in meine Minen reingelaufen. Richtig. Oh, Johnny ist es. Ach, Alter, wir haben die Disco geworfen. Der ist nicht fast selbst so geboren. Ja, du bist es, du schade, Schatz. Was? Ney, Johnny ist es. Ney ist es auch. Ney und Johnny. Hä, was mit mir? Ach, wir haben aber jetzt zwei D-Tis. Nur so. Oh, jetzt zwei. Ja, ein D-Tis ist schon tot. Oh. Alter, die Disco. Also, Nana ist 100% inno. Ja, der ist 100%. Oh. 100% pro. Ja, so sieht es aus. Und wer war der andere? Hä? Sagt mal, wie steht ihr eigentlich zu, ähm, Fesselspielen? 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 Ja, dann. Fesselspielen. Also, ich habe... Auch ich bin dabei. Was? Ich habe alle drei Teile von Shades of Grey gelesen. Hab ich nicht gelesen. Also, äh, war ihr es jetzt, ähm, erotischerweise oder andere? Ja, einfach so. Ich fand das gut ganz gut. Der Rot ist nicht auch in der D-Tisch. Wah! Nein! Nein! Tu's nicht! Ach so, du magst Fesselspiele, wenn der D-Tisch gibt. Aha. Ich habe ihn umgebracht, bin lieb. Aha. Das ist ja mal sehr interessant. Alter, was ist los? Hä, was ist... Ach, den kann ich nicht aufnehmen, ich habe schon einen. Also, Reaper und ich sind Inno. Ich auch. Dann ist es ja Streuch. Nein! Oder hier ist das. Nein, Panda. Der Panda hat den Traitorpass. Wann war... Wer hat die Disco geworfen direkt am Anfang? Johnny am Anfang. Ah, Johnny! Aber... Nana lebt ja auch. Du hast einen never-proven Traitor, weil er neben Johnny stand und nicht auf ihn geschossen hat. Weißt du, ich lauf, nimm mir grad meine Akimus, freu mich wie ein kleiner Schuljünger, kommt die Disco, flieg durch die Welt und kurz vorm Aufschlag täte. Ich ruf am Anfang zehnmal Snay und Johnny, Snay und Johnny, Snay und Johnny, aber am Anfang steht Snay in einer Menge von fünf Leuten oben und keiner... Boah, ich hab's erst überhaupt nicht gecheckt, dass er dadurch dann wegge... Ja, ich fand's so witzig. Ich, ich geh, ich fliege, Preparing, kurz vorm Aufschlag täte. Genau, du hast zwei Sekunden vorm Aufschlag. Pfff, tot. Du hast zehn Sekunden, so zwanzig Sekunden neben Johnny und dann zehn Sekunden. Oh, ich bin Dete. Da war's ja echt ein kleiner Sau. Boah, Alter, das... Ich dachte mir so ficken. Ja, das ist meine Shotgun. Hoppen. Nein. Dete, ich hab privilegiert. Nein, ich hatte grad wieder eine Akimbo, die nehmen sie mir gleich wieder. Sorry, du kriegst einen, wenn ich einen finde. Wer ist denn mein Kollege? Oh, Axe ist mein Kollege. Was? Achso, wir haben ja zwei Dete. Und Panda hat auch wieder den Skins. Ich wollt grad sagen, hä, Kollege? Alter, 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 mal hin. Alter hat die kleine Tiefel, aber gleich los, wenn ich die sehe. Da gucken sie auf Panda als Kollege. Huchwerten, achso, Snell. Wir haben irgendwie viele Menschen mit Dete-Skin. Oh, jetzt haben wir von neun Leuten zwei Dete, Alter. Plus welche, die den Skin noch gekauft haben. Ja. Dann hab ich grade vier Dete auf dem Haufen gesehen, aber es waren nur die Skins. Ach, ich kauf mir keine Skins. Ich logge mich ein und es sieht so aus. Alter, der Wack ist aber echt genial. Vielleicht sollten wir so einen Club der anonymen Detes machen oder so. Ja, ja, ja. Äh, na, 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 na. Na, 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 na. Lom, 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 lom. Come on. Oh, sorry. Johnny ist hau. Was? Johnny! Das war keine Absicht. Pulver-P, Johnny! Na, na ist es, wurde doch gesagt. Ja, ja, na, na ist es. Ja, ich hätte gedacht. Ja, ich hätte gedacht. Nein! Fröhstück! Fröhstück! Hab ihn noch umgebracht. Wann war's auch in Dete-Skin? Ja, ich glaube, die, die in der letzten Runde da waren, ne? Waren da noch Punkte drin? Ja, da war ein Punkt drin. Okay, eine vor zwei Dete. Wann war's auch in Dete? Dürfte ich bitte eine Heilung haben, Johnny, der mich auf 12VP geballert. Ja, Johnny hat mich auf 12VP geballert. Frag ihn doch. Ja, das war echt. Ich würd euch empfehlen, von der Schiene runter zu gehen, ne? Oh, schon, schon. Er hat sich da so komisch versteckt und ich hab gedacht, Nana versteckt sich jetzt, weil er als Traitor. Ich sag dir, rafst gleich ein IC durch. Danke, Nervo. Einer ist gestorben. Mehr nicht. Dankeschön. Ich hab keinen Schaden. Achso, ich hab keinen Schaden. Ich hab keinen Schaden. Ich bin der Schneller. Alle haben Schaden. Alle haben Schaden. Alle haben Schaden. Dachschaden haben wir alle. Das ist normal, das sind die Augensammelkriterien. Oh ja. Dachschaden, ja, wir kommen im Netzwerk. Bro, hier liegt ein Toter. Und da ist ein Toter. Ach, Reaper lebt noch. Jojo, ich war im Netzwerk. Ach, Reaper kriegt dich für den Netzwerk. Und krieg da, Alter. Hier oben brennt der Krieg, also geh ich weg. Ja, ne. Seltenbrand, toll. 1, 2, 1. Also, ne. Wand war, ist auf jeden Fall proven. Ja, das ist richtig. Und wer hat Nana getötet eigentlich? Äh, Nervo, ja. Nervo, okay, gut. Was ich cool finde, ist, dass wir können hier so richtig schön mit den Handschellen noch richtig simulieren. Wir haben noch ein Gefängnis auch dazu. Stimmt. Oh Gott, was war das? Ach, das war ne ganz normale. Der hier ist relativ gefährlich, deswegen. Nervo. Ne, Nervo steht vor mir. Nö. Macht das eigentlich, wenn die Rest und Fakir abgeht? Ich hab keine Ahnung. Ach, cool. Ich hab einfach Spaß hier zu fragen. Das macht den Traitor-Tester auf, glaub ich. Diese Moos-Tür, die du voll geschlagen hast, Nervo. Diese Moos-Tür, die du voll geschlagen hast, Nervo. Hallo, Streuch. So. Warte, wo in die Moos-Tür? Okay. Ohne Moos nix los, da war ein komisches Storch. Baby, von oben. Ich glaub, das war Streuch. Ja, die Tür ist auf Nervo. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist... Was? Guck, Knopf. Wahrscheinlich. Ich bin gar nicht beiglich. Ich bin bei dem, ich bin bei dem Total. Oh, Knopf? Ne, aber das kam aus der Richtung, wo du warst. Das ist nicht hundertprozentig, das kann doch jemand anders gewesen sein. Also Streuch ist nicht Proven Traitor. Aber Tom hat mich geschossen. Aber Tom hat was geworfen, okay. Du warne Smokoko. Okay. Ich hab Cyber geprüft, er ist Inno. Der Wurzel. Portable Tester? Nein. Nein. Ich finde auch, das wär die perfekte Runde, um das jetzt mal zu machen. Ja, das heißt ja, alle, die in Dedeskin haben, sind Proven, Inno. Stimmt. Ja. Die Dedes sind Inno. Aber Streuch ist der auch Proven? Nein. Da hab ich's mir mal vernachlässigt, deswegen ist er den Explosive Baby Launcher geschlossen. Was geil wo das Ding ist? Nein. Den hat eben jemand verwendet und er war halt in die Richtung. Aber ich kann's halt nicht beweisen, dass er es wirklich war. Ich, äh, beschütze... Äh. Weepa ist... Weepa ist tot. Äh. Aber das Licht ist grün. Ja. Äh. Konfirmen und Koldete, Koldete. Äh. Ja, genau. Was ist eigentlich mit Johnny? Ja, ich such grad, wo ihr alles seid. Ja, Johnny, aber... Ist noch nicht... Ja, wo ist der Trailer-Tester? Nein. Keine Ahnung, wo der ist. Kann da, wo die sagen. Wann warst du grad noch weggeworfen? Ja, ja, ich hab den. Ich bin Proven. Achso. Johnny, könntest... Ne, Johnny müsste jetzt noch als einziger in den Tester. Wo ist denn der? Hier, oder was? Ne, Streuch auch, Streuch auch. Achso, ja, äh. Ja, Johnny oder Streuch. Johnny und Streuch würden sich duellieren. Ne, ich... Gehen Trader. Ja, wir können jetzt gucken, ob wir ihn erschossen, oder? Ja, Streuch ist eh wahrscheinlich, oder? Ich muss ihn durcherschießen. Nein, Streuch. Ah, er hat den Baby auch nicht geschossen. Nein. Das war halt die perfekte Runde für den Test. Sorry, ey. Ich hab mein Target nicht mehr gefunden. Also musste ich schon jemanden erschießen. Warte, ich verkleide mich noch. Yeah, ey, 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 ey. Nach der Aufnahme muss ich mir fix was zu trinken holen. Ich hab nichts mehr. Ich hab doch Kohle auf dem Fenster. Äh, äh. Ich bin im Gefängnis gefangen. Warte, warte, ich lass mich raus. Äh, ne. Der Hund hält ihn nicht rauszulassen. Bist du denn in welchem Gefängnis? Einen Ring ist sie alle zu knechten. Das hab ich mir immer geguckt. Ne, bist du auch in einem Ring im Gefängnis? Ist nicht, Mann. Dann holst du mir doch ne Erkenntnis, ne? Eine... Oh, ja. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Hab ich einen Kollegen, ich hab den InnoTrade als Kollegen. Wie, wie komm ich jetzt in jeder Portal? Hm. es ist aber noch müssen sich eine anzeige vollbringen gerne gegen hat wer eine diegel gegen cyber was hat er gemacht er hat einen zu guten wir haben gestorben sniper kill heute in einer der erinnerung macht auch noch ach so ne das wenn du noch so ein kalt und ein grad mal wieder dann wegen streuchler versucht sie zu töten was das ist ein guter grund sei es sei mal hat er versucht an zu klagen er stand in der nebluft der fährt sich auch wie ein traiter warum halte ich mich mit dem traiter ich verstehe es dir blöd auf menschen ja ich behalte mich wie ein traiter ich bin ja anschließend beschuldigt worden ist töten zu wollen friendship johann oh bleibt hier sein das führt von deinem link ey 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 ja ich muss rum passen was sagen sie das zu ihr schwarz ich bring dich nicht ich bin der umgekehrt aber er ist nicht warum soll ich dich oben legen? Nein! Weg hier! 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 Weg da hinten weg! Alter. Ich bin nur Säuber. Johanny ist das eh, oder? Johanny ist das eh, oder? Wieso bin ich? Du hast eine Friendship auf deinen Scheiß, oder? Woh! Wieso was? Sag schüss! Du bist verhaftet, Herr Streus. Warum hast du nur ein Großpaar? Irgendeiner gebracht, dass er eine Friendship gesetzt hat und gemeint hat, ich wär's irgendwie. Wenn ich? Johnny ist es sehr wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich einen Freund auch... Das ist ne Lüge. Das ist einfach ne weiste Lüge. wie du schon redest alter ich hab kein hundertprozentiges weiß das was doch eh komm verfolg mich gestorben ja ich verfolg dich wo das tra- äh dete ich bin dete ach komm ach komm hier brennt jemand hey warte mal aber wieso what the fuck ist passiert ich hatte 190 leben wieviel leben verliere ich dadurch alles alles ach komm ich hab nichts mehr zum heilen leider ja das ist johnny kann johnny töten meiner Meinung nach ich hab gar nichts gemacht ob das dna dings wohl geht owa danke für die waffe ey kollege ähm das ist doch johnny schießt doch ne wer schießt denn hier alles hä hä was macht ihr hä was ich sag doch johnny oh mein god oh mein god warte ich will euch tatsächlich prüven aber ich wollte jetzt nicht ob ich schiebe ich hab's näher grad noch rieber weggennt und johnny geschossen aber warte mal das das anzünden vom death node macht das das macht nur hundert schaden ne maximal Maximal 100 Schaden, ich hatte 190 Leben. Nein, das macht maximal Schaden. Achso, maximal, okay. Ja, hab ich doch grad's keinmal gesagt, Dexe. Burn to death. Nee, mich hat's halt nur gewundert, direkt nach dem Anzünden hatte ich schon 100 Damage weg. Ja, weil sich, glaub ich, auf den Grundwert runterhaut anfangs und dann... Achso, oh gut. ...tippe ich jetzt einfach mal weg. Natürlich, ich spring los und dann beginnt die Runde und ich falle. Oh, ich hab Duel bei Rattas. Ne, 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 wer? Musst du ihm richtig schön in den Ring. Nee, der hat das Minecraft geküsst. Vor allem, der steht jetzt da so komisch, ich lass das mal frei, weg da! Nein, lass das doch! So, dann fährst du nicht rum! Wer schießt da? Wer hat den Duel bei Rattas? Ich will ja ab! Was soll ich denn damit jetzt? Ich schieß. Oh, äh, jemand wollte weg. Nein, es war Salva. Der war oben, der war oben, der war oben. Der war oben, der war oben da. Ich hab mal Rattas. Oben war der. Wann war? Ich möchte gerne eine Anzeige aufgeben. Es war Echse. Das ist niemand. Wie war ich das? Weil die DNA dich erwischt hat. Gib mir die Rattas! Also ihr könnt Echse gerne erschießen, ne? Also ihr sollt Echse erschießen. Wie sagt die DNA mich erwischt? Gib mir die! Hey! Diverboards! Ja, wann war? Ich möchte gerne eine Anzeige rausgeben. Nur wenn du vorher Echse erschießt. Alter, okay. Dankeschön! Wieso hat die... Bist du auch... Deter? Also Echse ist übrigens Pufenklee. Also ich, ähm... Möchte... Alles klar, ich such ihn. Oh! Ich kann ihn bisher noch nicht finden. Weeper, oh! Weeper! Weeper, weeper! Oh, sorry, sorry, Nan. Aua! Sorry! Willst du mir leiden? Aua! Ich wollte auch... Ich will überhaupt alle! Hä? Was? Mein Gott! Exklusivus! Alter, jetzt hat der jetzt ernsthaft meinen Traitor-Kollegen getötet. Obwohl ich auf ihn geschossen habe. Hab... Ich will gar nichts mehr. Au! Alter! Wer lebt denn jetzt noch? Muss ja gar gucken. Da muss ich uns selber noch prägen. Ja, mach einfach Radar an, dann geht er. Äh... Hä? Hä? Du was? Ohne Witz! Ich hab einen einen Schuss abgefeuert und werde umgenietet. Ja, ich hab auf Panda geschossen von oben mit der Shotgun und Panda hat einfach Nana umgeknallt. Ja, wir standen direkt übereinander. Wir standen direkt übereinander. Aber wir standen direkt übereinander. Es gab eigentlich keinen Zweifel in dem Fall. Oh, nö. Johnny war ja... Ich hab einfach Namen, wo wir eben greifen. Der durfte ja. Immer die Möglichkeit noch lassen, sich zu erklären. Ich hab einen Tank dran. Ja, aber... Es sah so aus, dass er mich genau angeschossen. Ja, ja. Ich kenn diese Situation trotzdem. Ja, ohne Witz, ja. Ich stand da einfach nur... Und zwei Sekunden später tot. Äh. Aber hey! Soll ich... 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 Soll ich euch mal einen Witz erzählen? Der Witz. Der Witz, genau. Der Witz. Der war halt unsere Zuschauer so reingeschmolten. Genau? Den hast du uns zu erzählen außer dem Wanderer. Der Witz. Was hier aufgedeilt ist... Der Det ist gestorben. Und das schießt den. HAAH! Also, Nana tut mir schon nicht leid. Der wird die ganze Zeit erschossen. Das Minecraft damit muss nicht dein Target killen. Ist egal, wen du damit... Äh, Reaper! Panda! Fähne ich von der Detleiche. Okay, jetzt sag auf die Aussetzung aus den anderen. Ich hab... Ich hab... Ich hab nur den Dete gerufen. Jaja, passt schon. Passt denn weg. Okay, Snay. Was machst du denn? Okay, das sieht verdächtig aus. Bin runtergefahren. Das sieht alles verdächtig aus. Nee, ich hab zuerst gedacht, du verwirkst mich mit einem Messer. Aber dann hab ich gesehen, dass es eine Granate nahe hat. Ja, genau. Ich hab ein Messer nahe. Aber das ist klar. I'm back in business. Hey, Reaper! 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 Da hab ich gerade meine DNA, glaub ich, genommen. Aber ich glaube, ein wiederbelebter Det war darf nicht reden. Nana, nicht reden. Du darf nicht reden. Ich hab ein Messer vor mir in der Hand und hab, glaub ich, zugestochen. Und ich glaub, es war DNA, weil ich hab, glaub... Nana, weißt du wer... Also ich war... Mindestens nicht. Nee, du warst auch... Nein, ähm... War nicht bei dir in der Nähe. Bei Wiederbelebung genauso wie in der Nähe. Weißt du wer T ist? Nicken oder Nein oder... Wurde schon wer wiederbelebt? Nein. Er weiß es nicht, okay. Okay, würdest du eine Vermutung machen, wer T ist? Geh weg, da war ne Granate, weg von hier, da war ne Granate! Oh. Reaper! Aha! Was denn? Auf dir, du hast alle Teuer! Kurze Frage, ist das jetzt die letzte Runde eigentlich, oder? Äh... 24. Oh, Flem, Flem! Ah, hier sind die komischen Kuscheltiere ich raus. Wir machen schon ne Meldung, wenn's letzte Runde ist. Ich werd angegriffen. Ich werd von Kuscheltieren angegriffen. Wo ist denn Kuscheltiere, oder? Was ist denn Kuscheltiere, oder? Was ist denn Kuscheltiere, oder? Was ist denn los? Ja, keine Ahnung, was ist das? Ach, die Brotsuhr? Ach, ne. Da greift die Brots an! Ich werd da kuscheltieren angegriffen! Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Ich hab Angst vor denen! Was sind das für Dinger? Äh, Wann war, hat ne Granate geworfen? Ah! Das ist schon horisch. Oha! Oh! Jemand hat versucht Dings umzubringen. Wen? Warte, es waren... Wann war Johnny und Panda waren auf den Schienen und jemand hat das Minecraft fahren lassen? Genau, ja. Also dann find ich ja... Eigentlich sind wir drei dann ja theoretisch. Panda hat nen Heiligen Schein, der ist Traitor. Ne, er stand auch auf den Schienen. Was? Was? Ich versteh' nicht. Oh, Salva, was ist mit dir los? Ja, ich bin runtergefallen und Turtel. Und was kann man denn hier? Ah ne, noch ne Turtel. Nein, noch ne Turtel. Streuch. Wer pewt denn hier? Pew. Ich glaube das ist der, der Johnny. Ah, da lebt ja noch eins. Ein Kuscheltier. Er schießt die Kuscheltiere. Was? Ich hab sie. Ich such ihn gerade. Ich bin hier oben. Ah, Turtel, Turtel. Weil du im Chat gepostet bist. Ah, fuck man. Ich verrate das auch noch. Nein, nein, ich bin in der Hölle, ich bin in der Hölle. Nein, nein, nein. Das war nicht. Da wo war die andere? Ja, was ist jetzt so? Killt bitte, streut. Killt, streut. Ah, da oben. Da oben. Ich glaube. Panda. Oh Gott. Hallo. Na? Oha, das ist Panda der Letzte. Ja. Gut. Alles gut bei euch. Ja. Selbst? Oha. Ja, ja. Kann mich nicht beklagen. Oha. Äh, nein. Na? Wollt ihr mal zu mir kommen? Ne, Reaper ist tot, oder? Nimm ich mal an. Nicht sagen. Nimm's ja dann einfach mal an. Pfff. What? Hä? Ach da. Ach da versteckst du dich. Hallo. Naaah. Ja, verdammt ey. Das ist ein Leidenschaft. Ich hab ein bisschen Mist gebaut. Was heißt du? Hast Mist gebaut? Bist runtergefallen, oder was? Ja. Nein, ich hab mich doch gefragt, ob ich den Traitor kenne. Ich hab nein gesagt. Eigentlich war ja die Antwort. Doch, nein. Tim, abnehme ich dich wieder. Sorry. Ein bisschen denken, Nana. Auch wenn wir einen Dach schaden haben. Das muss noch drin sein. Äh, als Zombie, wie soll ich da bitte groß denken? Ein Zombie denkt nicht. Ja, so wie du normal denkst. Denkst du etwa so? Denkst du auch nicht? Oh, Spierdäte. Oh, das ist auch schon wieder 3, aber. Mit der 2, aber. Was war das denn? Nur mal so als kleine UFO. Ein Zombie hat nen Denkvorgang von nem Toast. Boah, aber Toast... Toast wär schon geil. Das ist ein Stein ist schlauer. Ich mag Toast. Hey, es scheinert ein IQ von 4,5. Kommt da Musik? Nein, nein, ein IQ von 4. Toastbrotbrotbrot. Wins! 4, 4, 4, 4 ist es. Ist da Musik still? Ja, da ist Musik. Ja, da ist Musik. Oh, nee. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Oh, das kann man bestimmt berechnen. Johnny, möchtest du die Waffe haben? Wo? Waffe? Was müssen sie diese besondere Waffe haben? Was ist das für eine? Achso, die Golden. Äh, nein. Die Opfer belastet sich über den anderen. Verlade. Okay. Bei denen übereinander. Ja, die Waffe. Ja, die Waffe. Ja, die Waffe. Alter. Ja, das ist der Dete, der andere. Der den Freundschaft geschossen hat. Guck, ob da Punkte drin sind. Ich... Ich... Vertraue dir jetzt gerade nicht. Ich weiß, bis der Freundschaft weg ist. Ich guck weg. Ich guck die Decke an. Ich hab reingeguckt. Das weißt du. Ich hab den nämlich konfirmmt. Und jemand schießt? Johnny, Johnny schießt auf Johnny. Nix ist klar. Hab ihn. Er macht nicht Boom. Er hat einen Punkt. Oh, hier vor... Oh. Oh, was? Hinter mir! Hinter mir! Wann war! Wann war! Hab ihn. Gut. Ich kann... Ich komm nicht drüber. Um ihn zu konfirmen. Pandas. Also auch confirmed. Inno. Warte. Stimme aus dem Jenseits sagt für Panda. Um an dieser Stelle rüber zu springen. Nehme man die Heimdrauss. Komm ich zum... Wann war. Freut mich mal hin. Komm ich zum... Ich bin Indo. Ich bin Prue. Komm ich zum... Komm ich zum Trader. Da oben. Komm ich zum Trader. Ich hab ne Taube. Detektiv für eine Taube. Ja, aber komm ich bitte zur Leiche hin. Die findest du schon. Wo? Ich glaube... Der Panda hat trotzdem noch einen Verdacht. Nein, er hat den wirklich erschossen. Achso, er hat den erschossen. Ja. Ne, passt schon. Okay. Und da ist Sträuch. Keine Punkte mehr drin. Ah, hier. Detektiv. Das ne Taube. Panda ist Proven. Cyborg und Sträuch können sich duellieren. Ja. Cyborg und Sträuch können sich duellieren. Cyborg? Ja. Ja, Cyborg. Ja, Cyborg, komm mal her. Ah, Snade. Bis du denn? Äh, Detective. Ich keine Ahnung. Oh. Tschüss. Cyborg hat gerade geschoppt. Er hat eher das dessen noch dran, sondern... Sträuch und Cyborg können sich eh duellieren. Ja gut, Cyborg. Ja gut, Cyborg. Ah. 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 Ah, komm. Ich meine Güte. Was? Okay. What the fuck. Nana, dein Einsatz. Schön geschossen, Alter. Was? Nana, dein Einsatz. Der ist uns auf dem Spreuz. Sehr schön. Ja, Alter, mein Speichel ist voll. Hä? Nana, dein Einsatz. Achso. Achso, ja. Bei der Aufnahme. Ja, aber ich habe heute recht vor dem Spreuz. Nach einfach. What the fuck. So, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.